Das hätte man natürlich machen können. Ich bin ein bisschen dumm. Da ist es eben vor ihm rumgeschwebt. So, aber ich glaube, jetzt können wir nichts mehr machen, oder? Ja, da frage ich mich auch. Können wir uns das nochmal genauer angucken? Ne, können wir nicht. Nur so angucken. Ja. Okay. Aber da müsste ich ja jetzt schlafen können, weil jetzt haben wir ja. Ja. Und Grace geht nach Hause. Die Nacht bricht herein. Ich denke, dass Sie nichts mehr tun haben. Ich werde es nicht mehr tun lassen. Ich werde es nicht mehr tun lassen. Ich werde es noch nicht mehr tun. Da sind wir heute nicht mehr. Die Nacht bricht für den Wälderskten. Aber du bist kein Wälder. Is that a Skabria? Tag 2. Eine Maske versteckte mich. Ich war, was ich nicht bin. Das Muster noch unbekannt. Eine Lösung gibt's für einen Preis. Das Muster ist nicht so, dass du heute nicht so gut fühlst. So haben wir etwas. Es gibt eine frische Pfanne auf der Bühne. Wirklich, du siehst wie hell. Deine Haare ist direkt auf wie ein... Oh, es immer so macht. Keine Haare. Habt ihr gedacht, dass der Feuer und der Hangegeist und das Lion die letzte Nacht? Leopard, nicht Lion. Habt ihr nichts von Maliah Getty? Na gut, ich habe ihre Adresse, aber du bist ein bisschen aus der Liga hier, big fella. Die Getty haben drei lokale Häuser, nur um ein paar von ihren Assetzen zu nennen. Sie laufen in sehr hohen Cirkeln. Habt ihr eine Adresse? Ich habe die Adresse. Ich glaube, das hat nichts zu tun mit dem Fakt, dass Maliah Getty ist unglaublich großartig. Ich sollte es wissen, dass du nicht für einen Richtig, Ugly-Socialite gehen würdest. Und diese Adresse ist? Hey, weit ist es nicht von mir, um deine totalen Humiliation zu verabschiedern. Es ist 557 West Ingram. Das ist die Garten-District. Estate City. Das ist alles, was ich wollte wissen. Oh, and yes, my dear, Maliah Getty is the most dangerous looking Diversion I have ever seen. Mein Lieber? Oh, man. Das ist auch so ein universaler Ausspruch. Männer. So, jetzt haben wir aber erstmal, haben wir jetzt mal wieder hoffentlich ein bisschen mehr zur Auswahl. Und jetzt müssen wir uns erstmal umgucken, was das für ein Fisch ist, äh, für eine Schlange ist. Und dann geht das hier los. So, wir gehen erstmal zum Dixieland Drugstore. Da kann man uns bestimmt helfen. Hallo. 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 Wie fühlt ihr heute Morgen? Na, ich erzähle dir, Herr Walker. Ich bin sicher, dass jemand zu sein kann nicht gut sein. Auf einer Besteuern. Ich habe in einer Zeit nicht montiert. Nicht in weeks. Ich weiß nicht, dass das Bedeut ist. Ich brauche ein paar Nachts-Night-Candles, dann. Du denkst, dass das helfen könnte? Ich hoffe, dass du richtig bist. Ich habe drei Rosarien heute Morgen für unsere Frau's Intervention. Rosarien ist gut, aber du bingst das Candles, auch? Du bingst die Kandles, auch? Du bingst eine No-Sleep-Gree-Gree, ich will dir sicher. Sehr gut, Herr Walker. Ich setze sie auf meinem Account und sendze sie nach meinem Haus. Oh, und da ist eine andere Sache. Ich habe es nicht gesehen, aber ich weiß, Frau Lefebvre pute Stomachache powder in meine Tee in der letzten Meeting der Creole Grand'Arme. Ich bin in miserie. Jetzt legst du neige Pinheads in die kleine Boxen. Dann legst du Pins of Graveyard Dust, und legst sie unter der Front Post. Das wird die Trick zurück auf Frau Lefebvre, und sie wird diejenige mit dem Belli, eh? Ich habe die Pins of Dust hier, wenn du sie möchtest. Wenn die Blessed Virgin mir die Schutz geben, ich werde sicher von diesen Praktikern von E.V. Ja, Frau Lefebvre. Doch, äh, es ist nicht so proaktiv, es ist nicht so. Natürlich, Herr Lefebvre. Vielen Dank. Nein, Frau Lefebvre. Es ist nichts. Au revoir. Au revoir, Herr Walker. Die hat sich vorgedrängelt. Wie im Köter. Also, Mr. Walker, was wissen Sie denn über Schlangen? Willy. Okay, dann, äh, was weißt du über Voodoo, Willy? Can you tell me what you know about Voodoo? This is a novelty shop, Monsieur. Do you think I'm stupid? This is a Voodoo shop. Look at all this stuff. These is novelty, curiosities. If people wanna think they magic, it's not my concern, you know. Really? Are you telling me that you own a Voodoo shop, but you know nothing about Voodoo practices? It's a fine name, pas a verblond. What does that mean? It means you should mind your own business, Monsieur. Oh, aber die Morde musst du doch, äh, mitbekommen. What do you know about the Voodoo-Mörders? Capuis encore. What did you say? Nothing. Them killings have nothing to do with my shop, Monsieur. Und über New Orleans? Oder New Orleans? What do you think of New Orleans? I live here all my life, mate. Hm. What do you think of New Orleans? If you're not from around here, Monsieur, you should sign up for some tours. Ich bin hier aufgewachsen. Und Schlangen? Do you know anything about Snakes? What kind of Snakes? The kind they use in Voodoo? Pythons, Boas. So I've heard. Really? Do you have one? Are you crazy? What would I want with a Python? And what do you mean when you said Capuis encore? What did you mean when you said Capuis encore? I didn't say that. You did. I heard you say it. You heard wrong, Monsieur. I said no such thing. And Madame Cazanou? Ne, Cazanou. Cazanou? Cazanou? That customer of yours, the little old lady. Customer? The woman I saw in here. Madame Cazanou you called her. I don't talk about my customers to men who come in off the street. Ist allerdings vernünftig. Und was weiß Willy über Willy? Tell me about yourself. My name is Willy Walker. I own the place. Und wie haben sie angefangen? How did you get into this kind of business? Now why should I discuss my business with you, man? Hm, auch wieder wahr. So, this is a voodoo store, huh? Voodoo? No man. This is a curio shop. The things you see here are from local folklore. None of it real, I tell you for sure. What about all these magic oils and powders you're selling? Aren't they a part of voodoo? Read the label, man. We make no claims. Sold as curio only. It means what they say, no? These are novelties, not voodoo. So, do you get many tourists in here? We, all the time. They want to buy a bottle of money-drawn oil or wanger bag to take home with them. How's business? Hmm, about like always. I'm a businessman too. I own a bookstore here in the corner. I don't really care. I got a store to run. Hmm. Hmm. Have you always lived in New Orleans? My papa and his papa and his papa all the way back to the days of Marie Laveau we been living here. Okay. Alles klar. Dann bis später. So, ich werd ihn jetzt mal ganz direkt nach der Schuppe fragen. Do you know anything about Snake scales? I got some snake root and snake powder, but I order them wholesale. I don't handle snakes. Mm mm. I don't like em at all. Okay. Hey, aber vielleicht kann er ja mit dem Skizzenbuch was anfangen. Wir bestrafen Diebe selber, da ist die Polizei viel zu freundlich. Ja, dann wird da eine Voodoo-Puppe gebaut und dann geht das los. Wo soll denn Gabriel... So, so. Wo soll er denn 50 Dollar herkriegen? Kann ich das mitnehmen? Das weiß ich nicht, aber man kann ja mal fragen. Manneker mit einer Dingsmaske. Warum? Gucken wir uns erstmal das Regal an. Die Dingsmaske hat Container von getrened Items. Blumen, Gräser und schwarzen Katzenbäume. Ich will keine von diesen Sachen. Doch, natürlich. Ich würde sie schmerzen, wenn ich sie öffne. Ja, aber ich frage es doch, warum. Würde sich das aber ganz gut machen. Es muss das Krokodil-Schein sein, aber auch ich bin nicht interessiert, in diesem Manikin zu verbreiten. Um die Maske zu bekommen, hat Gabriel ihn zu kaufen. Okay. Die Maske ist, dass er von einem wirklichen Krokodil-Header gemacht wird. Hm. Und in der Vitrine? Nee, ist vielleicht auch besser. Ja, und das hat er nicht. Das Sand. Ich hab ein Glas voll Sand. Ich hab ein Glas voll Sand. Da haben wir noch Schalen. Ja, wahrscheinlich im nächsten Spiel. Da ist noch eine Vitrine. Da sind noch Schalen. Da ist der Register. Kasse. Können wir die mitnehmen? Okay, dann besuchen wir mal Malia. Da. Die Geddes-Villa. Na, aber guck mal hier. Rosen vom Feinsten. Können wir da vorne welche pflücken? Gabriel didn't come here to mess with the plants. Da weißt du nicht. The Garden District is famous for its elaborate old plantation homes and mansions. This particular mansion is impeccably groomed. Oh, guck mal hier. Richtig schön mit den Sonnenstrahlen. The huge trees bear beards of Spanish moss. These trees have been here for a hundred years. They're not going anywhere. They're not going anywhere. So, können wir das Fenster gucken? The windows are made of thick, heavy glass. The only thing Gabriel can see inside is even thicker drapery. Okay, dann klopfen wir einfach mal. May I help you? Öh, hallo? Wir möchten gerne zu Malia Geddy. Wirklich nicht? I'd really like to see Malia Geddy. I told you that unless you have official business with Miss Geddy, I cannot let you in. Hm. Wir kommen mit einem öffentlichen Auftrag. I do have official business. Really? Please tell me the nature of your business. Ähm. Wir verkaufen Lexika. Encyclopedias. Go away. Okay. Wirklich nicht!